So. Das sind meine Lederjacke. Ist noch wie neu. Oh, du frechst du ja. Ich bin nicht gerade begeistert. Was heißt deine Munition? Hä? Was denn du? Ich fange die Tommys ab. Ja. Besser Shit. Die verbrennen ja instant, ey. Das geht ja gar nicht. Können wir hier speichern jetzt eigentlich, oder ist das automatisch? Ich glaube, wenn wir runtergehen, wird es den Kontrollpunkt, glaube ich. Oder es gab schon den Kontrollpunkt, das habe ich nicht gesehen. Rüffen wir mal ganz kurz hier rein. Ne, ich würde da draußen bleiben. Warte bei mir? Ja, nur wegen Speichern halt. Okay. Jetzt ist Kapitel 1 vorbei. Es hätte nur das quasi noch machen können. Ach ne, Katzi, nur noch. Bei Stöß speichern. Oh, hallo. Oh. Fass mich nicht an. Alter, ach, Alter. Oh, oh. Oh. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Ich werde alles publikieren. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offen zu legen, verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Die Treppe. So. Stille Treppe. So, speichern. So, okay. Kurze Videoclip ist noch gewesen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder so, genau. So. Aber er hat so mit seinem Witz, das war eigentlich ganz geil. Na, steht es nicht so auf Kanäle. Er hätte ja sagen können, ich bin so ein Klempfer und ich mal einen Rohr verlegen will. So, eh nur billig machen. Ich mach's auf der anderen Seite. Na? Ja, Mensch, Mädel. Ich bin kein Zombie. Achso, okay. Na? Nee, ich mag nicht. Keines Tänzen? Heute nicht. Was ist das hier? Das ist fernzudünglich. Oh je. Nee. Schnell weg. Ist was sonst passieren kann, ne? Und sind denn da? Boom. Okay. Hey, Hilfe. Ich bist wirklich gemeingefährlich. Ja, drück doch mal. Klick, klick. Nee, ich will eigentlich das wieder aufgeben. Geht nicht. Ich weiß nicht. Nee, da habe ich ja jetzt verschwendet, das wollte ich nicht. Müssen wir jetzt einfach das Spiel verlassen, dann speichert es nicht. So. Genau. Okay, war schön. Feuerwerk, ole ole. Okay. Yay. So, bis nächstes Mal weiter geht es immer hier im Kanal. Sagen. Um der bestimmte Ninja Turtles oder so. Und ohne Anal. So, okay. Ah, da muss der raus jetzt. Okay. Okay. Jetzt wird noch schon eine Mendi drin, dann geht's nicht ins Bett. Weil das auch schnauze ich mal leicht spielen. Okay.